damit das hier nicht überall hinfließt und dann können wir jetzt hier eigentlich das wasser schon wieder platzieren das lief läuft dann hier fröhlich durch die gegend ich baue jetzt noch mal ab bis ich noch 20 blöcke insgesamt zusammen habe das geht ja eigentlich recht fix na gut fix ist jetzt übertrieben aber obsidian ist wirklich da kann man erstmal nicht genug von haben da kann man später auch noch andere schicke sachen draus bauen immer da mal so ein so ein haus habe ich mir da mal draus gebaut beziehungsweise nicht den nicht den haus sondern das haus und ich habe das als untergrund genommen als 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 teppich quasi sah auch verdammt gut aus schwarze wolle sieht ja wieder ein bisschen anders aus ich fand dieses dieses muster von dem obsidian in dem anderen texture pack fand ich wahnsinnig toll das hier ist ein bisschen hässlich muss ich sagen aber es ist obsidian das muss nicht muss einfach nicht schön sein das benutzt man ja auch eigentlich nicht zu viel so jetzt muss ich hier ist man sehen dass da das ding reinkommt so jetzt schwemmt sich das obsidian da hinten hin und alles was wir gerade abgebaut haben das ist sehr schön so wie viel haben wir jetzt jetzt aber 24 stück die reichen mir erst mal sowie komme ich jetzt hier schnell wieder raus da geht es runter und da geht es nach hinten wir haben 61 davon ich würde gerne noch einen blog von redstone finden dann können wir dann nämlich vernünftig einschmelzen das ist dann eine gute gute menge wie weit ist das lap pack runter das dauert noch ein bisschen lap pack habe ich ja noch nicht das habe ich auch in dem anderen spiel gehabt jetzt kann man richtig schön sehen wie flink man sich hier unten durch die gegend basteln kann ich weiß nicht ob ich das vorher schon mal mit dem drill gemacht habe aber das geht wirklich wahnsinnig wahnsinnig fix zwischendurch noch mal wieder eine fackel setzen minen hellen wäre auch mal nicht schlecht da gibt es bestimmt auch den ein oder anderen mod dass man hier ein bisschen licht rein bekommt immer wo man gerade lang rennt jetzt gerade gesehen hat die werde geht auch wahnsinnig schnell abzubauen können wir mal wieder gucken ob wir hier etwas drin finden schaufeln kann das ding wirklich auch wie ein großer setzen wir mal eine fackel hier scheint es aber nicht zu geben gerade nicht wirklich das ist ja auch mal ist schnell weggeschaufelt hier hier hat es aber auch hieß da können wir nachher auch schöne wege draus bauen kies lässt sich wunderbar zum wegebau benutzen das sieht immer ganz gut aus ne hier scheint es nicht zu geben mehr hinter bauen wir mal weiter ab so mal gucken ob wir gleich hier ich hoffe ich treffe jetzt hier ich treffe jetzt hier fix auf redstone so ist jetzt hier achso hier waren wir schon mal da ist schon wieder eisen wir brauchen unbedingt mehr redstone und dann müssen wir oben gleich den query auch noch mal wieder einmal kontrollieren ob der hier nicht langsam ohne energie da steht das wäre ja auch doof wenn wir dann hier die zeit verplimpern ohne dass das gute ding arbeitet dafür ist er ja da so hier kann jetzt auch gerade nicht viel sein weil wir da von dem anderen von anderen seite her schon mal abgebaut haben aber erst mal weitermachen ich höre hier schon wieder lava ich höre hier schon wieder lava ich höre da mal eine fackel setzen das habe ich die in letzter zeit auch schon wieder verpennt hier nicht dass hier irgendwelche mistviecher plötzlich spawnen das nehmen wir erstmal alles mit hier das ist ja auch immer gern gesehen das können wir nachher alles im recycler in recycler kloppen so rum so wir haben 11 gold wir haben 24 obsidian und wir haben immer noch nicht genug redstone ich würde da gerne auf einen kompletten stack kommen aber irgendwie wird das hier nichts großartiges übrigens er zeigt mir jetzt immer an dass ich den diamond drill zugange habe das liegt daran weil er jedes mal wenn er aufgeladen wird beziehungsweise er wird nicht mehr aufgeladen weil er immer wenn er da seinen seinen zustand ändert weil entweder was rein oder raus geht an energie dann ist das ein neues icon was jedes mal neu generiert wird deswegen zeigt er mir das jedes mal an das ist auch bei anderen werkzeugen so wenn ich jetzt ihn hier länger drin haben würde würde das irgendwann verblassen sieht man sehr schön er würde auch jetzt verblassen sobald sich der ladezustand ändert oder der vernichtungszustand oder der verbrauchszustand das ist ja auch bei äxten und schwerten ist das ja auch so ändert sich quasi die id von dem von dem drill hier und dann wird er neu generiert und dann wird er mir wieder immer angezeigt ich finde hier keine redstone mehr das ist jetzt suchen wir redstone jetzt finden wir das nicht worin haben wir es gefunden jetzt ist hier irgendwie keins mehr aber es muss hier unten sein wir haben das hier schon so oft gefunden das muss hier einfach sein so mache ich das jetzt ganz einfach ich gehe jetzt hier erstmal schlank durch da sind wir von der anderen Seite schon beigewiesen wie es scheint jetzt ist der drill alle das heißt wir werden uns das verkneifen mit dem redstone wir werden also erstmal wieder zurück müssen dann werden wir den ganzen Mist erstmal wieder aufladen gehen soll heißen wir brauchen 70.000 EU können wir erstmal ein bisschen was an Koks reinschmeißen ich würde sagen 5, 6 Koks die reichen erstmal 5 Koks müssten lang ich weiß nicht was der andere da hinten gleich noch verbraucht zur Not schmeißen wir noch einen nach so oben ist Nacht wie man da richtig schön auf der Karte erkennen kann Koks müsste eigentlich schon wieder fertig haben so nun haben wir ja noch was rumliegen aber ich nehme mal hier unten den frischen jawohl hat er da hier müssen wir auch mal langsam Treppen einbauen jetzt mal das hochhüpfen das nervt auch so hier vorne hätte ich gerne rein das Bedpack und hinten hätte ich gerne rein den Diamond Drill und dann werden wir das jetzt mal aufladen mit 5 Koks so und die Koks Koks Geschichte hier hinten das packen wir erstmal alles hier unten rein das ist erstmal das Obsidian obsidian behalte ich erstmal noch der kommt raus dieser hat er jetzt das Bedpack da nicht reingeschmissen hallo da rein ok habe ich wohl vergessen reinzulegen oder habe es wieder rausgenommen durch irgendeinen bescheuerten Zufall ja gut Pflastersteine können weg Feuerstein kann weg das kann weg den behalten wir kurz dann nehmen wir uns noch etwas Eisen mit und fangen das wieder an ne Quatsch das machen wir nicht wir machen kein Red Alloy Barren den schmeißen wir hier rein dafür haben wir die Truhe so das Redstone packen wir hier auch erst rein ich würde jetzt nämlich ganz gerne ähm hier erstmal einen Diamanten holen da Edelsteine inklusive Diamant höhen so wir haben das und wir brauchen wir brauchen Leder und wir brauchen Papier das heißt wir brauchen ein paar Büchlein wenn ich jetzt gerade wüsste wo ich das Papier hingelegt habe ich bin mir ziemlich sicher dass ich noch welches hatte da haben wir es Leder haben wir da auch so und ich möchte nicht nur so ein bisschen ich möchte etwas mehr haben wir da gerade auch noch halt nein nein huch dann ist das hier drin und genau da haben wir es dann machen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen Papier fertig was jetzt so nicht geht wieder mal sondern so 30 Seiten sollen mir erstmal genügen mit den 33 hier haben wir das denn so dann machen wir uns jetzt hier mal zwei drei Bücher fertig die werden wir jetzt nämlich auch brauchen und da muss ich mal einmal nochmal gucken wie das mit dem Verzauberertisch aussah ähm heißt der Enchantment Table immer noch Enchanted Book verdammt heißt das Ding vielleicht nur Zaubertisch er heißt nur Zaubertisch alles klar das sind ach so sah das aus genau gut soll heißen 1,2,3,4 Obsidian links und rechts ein Diamanten und oben ein Buch drauf kein Papier dann haben wir jetzt den Zaubertisch den kennen ja auch reichlich Leute den möchte ich erstmal hier hinstellen und das Buch das dreht sich einem sogar immer zu das finde ich recht hübsch so und das Neue am verzaubern ist dass man jetzt hier Bücher reinpacken kann wenn man jetzt sagen wir mal die Stufe 8 Verzauberung haben will das wäre diese hier kann man jetzt sehen oh Federfall 1 das ist sehr schön was haben wir hier noch Schärfe 1 das ist also Federfall ist gut für Schuhe das werden wir jetzt auch gleich mal machen Federfall ist glaube ich dass man ein paar Blöcke tiefer fallen kann ohne Schaden zu nehmen jetzt müssten wir unsere Schuhe reparieren was leider nicht mehr so geht sondern da brauchen wir einen Amboss für den wir noch nicht haben diese Bücher werde ich aber erstmal einmal einsortieren so die werden wir dann später gebrauchen ähm kann man die doppelt verzaubern eigentlich das würde mich auch noch gerade mal interessieren Sekunde das probieren wir gleich mal aus halt nein da ist der Verzaubertisch nein die kann man nicht doppelt verzaubern okay soll heißen wir werden jetzt mal einmal was ausprobieren und zwar würde ich jetzt gerne diese Dinger mal mit ein paar random Verzauberungen einmal versehen mal sehen was wir da so zusammen kriegen vielleicht kriegen wir hier sogar Wasseratmung hin ja das funktioniert leider noch nicht alles so wie ich mir das vorstelle Schutz 1 ist schon mal gar nicht so verkehrt weil wir eben noch keine Bücherei drumrum gebaut haben das werden wir später auch noch machen müssen ich möchte aber eine Level 8 Verzauberung dann killen da ist eine Level 8 Verzauberung Schutz 1 haben wir nochmal Schutz wenn der jetzt auch nochmal Schutz oder Explosionsschutz hat das wäre natürlich sehr nett achso wir haben nur Level 6 nehmen wir mal ihn hier Federfall 1 das ist sehr schön den wollte ich mir eigentlich auf die Schuhe gepackt haben funktioniert hier aber auch ach das sind die Schuhe deswegen Eisenbeinschutz so das heißt wir haben jetzt Schutz dazu bekommen wir haben Federfall dazu bekommen das heißt wir können jetzt von weiter oben runterfallen ohne dass irgendwas passiert den nehmen wir raus den packen wir gleich dahin zum Anziehen und ihn werden wir hier halt ihn werden wir er ist noch bei wieso funktioniert er hier eigentlich wieso läuft das Ding ach der Maserator zieht sich das direkt aus ihm raus deswegen braucht er hier hinten so ein bisschen lange daran liegt das machen wir das so ziehen wir hier direkt den ganzen Saft raus dann kriegt er jetzt hinter mich auch erstmal nichts sieht man hier sehr schön wie das alles runter geht aber so legt er sich fixer auf die Spinne da oben geht mir zum Glück auch gar nicht auf den Senkel gerade mit ihrem rumgezischel früher ist das Ding auch mal in dem anderen Ding auch irgendwie fährt Zaubertisch das heißt ja nur noch Zaubertisch kann auch sein dass ich da die Textdatei eine andere reingeschmissen hatte Schärfe 1 der kann jedenfalls weg so dann würde ich sagen gehen wir jetzt gleich mal hoch wenn es wieder hell wird Papier werden wir noch mehr brauchen ich nehme mir auch etwas mit vom guten Weizen das war hier oben drin dann nehmen wir uns mal ein Stack von mit aus dem einfachen Grunde weil ich oben gleich noch Kühe füttern möchte und dann möchte ich noch ein bisschen was an Essen mit haben was nehmen wir denn hier mal so schick ist das können wir eigentlich gleich mal in den Ofen schmeißen und das können wir futtern jetzt habe ich hier unbestimmt irgendwo was reingeschmissen was da gar nicht reingehört ne sieht gut aus gut schmeißen wir einmal fix in den Ofen Silverin geht's raus Silver Dust raus Schweinefleisch rein 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 Vielen Dank.